Ich habe immer gesagt, tausendmal habe ich es gesagt, dass wir auch bei uns mal einen netten Nachmittag verbringen können, zu dritt, aber nein, immer müssen die zu dir. Mann, weil die auch mal ihre Ruhe haben wollen. Dieser ganze Freizeit-Terror, den du abziehst, mir wird ja ganz schwindelig, wenn sie mir erzählt, was du alles mit der durchziehst. Chemie-Baukasten, Kinder-Uni, Englisch für Kids, könnten zur Belohnung nochmal gehören, schau gehen. Ja, ja stimmt, ja, ja. Ich war da, aber wann? Vorgestern oder so. Weswegen? Weswegen? Ich war einfach da. Allein? Ja. Ja. Schlecht für Sie. Denn dann gibt es niemanden, der Ihre Aussage bestätigen kann und wir müssen weiter davon ausgehen, dass Sie was mit dem Mord zu tun haben. Okay. Ich war da nicht allein. Ein Bekannter von mir war dabei. Name. Der Name Ihres Bekannten lautet wie Herr Beck. Hab ich vergessen. Vergessen. Schön, dass du da bist. Kann ich ja rauchen? Ja. Nur, dass du das weißt, ich erwarte nichts. Also, ich meine Sex. Also, wir müssen nicht. Also, ich will gar nicht. Wie meinst du denn das jetzt? Ja, ich meine, ich will natürlich schon, aber ich will nicht, dass du dich irgendwie gezwungen fühlst. Ich glaubst du, du kannst mich zwingen? Ja, nicht Spanisch. Spanisch? Mach mal. Du bist die schönste Frau der Welt für mich. Ja? Ja. 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 Das dropped man. Mist geht mir. Wir müssen.